So, jetzt kommen wir so langsam zum Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie und ich befürchte, wir schaffen den gar nicht heute zu beweisen. Oh, naja, dann machen wir halt nächste Woche weiter. Bevor wir aber zum Hauptsatz kommen, brauchen wir noch einen weiteren Begriff, nämlich den der Primfaktorzerlegung. Und Primfaktorzerlegung kürzen wir mit PFS ab. PFZ, Primfaktorzerlegung, weil das so ein langes Wort ist, das wollen wir nicht immer schreiben. Sei n Element der natürlichen Zahlen ohne die 1. Immer dann, wenn es um Primfaktorzerlegung geht, lässt man die 1 weg. Die 1 ist sich selbst Zerlegung, aber keine Primfaktorzerlegung, weil die 1 ja keine Primzahl ist. Die 1 ist einfach ein Sonderfall der natürlichen Zahlen, die lässt man weg. Die betrachte man dabei nicht. Und die 0 sowieso. Die 0 ist auch ein Sonderfall, die 0 wird durch alle Zahlen geteilt. Auch ein Sonderfall lässt man auch weg. Wir betrachten also alle Zahlen größer gleich 2. Sei n Element n ohne die 1. Ohne die 0 müssen wir nicht sagen, weil hier keine 0 im Index steht. Wenn Pi aus den Primzahlen existieren, mit n ist gleich P1 mal P2 mal Punkt, 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 Punkt mal Pn. Machen wir nicht n, Pk. Dann heißt dieses Produkt Primfaktorzerlegung. Also, wenn ich natürliche Zahl habe und ich kann die multiplikativ als Produkt darstellen von Primfaktoren, dann heißt dieses Produkt Primfaktorzerlegung. Ich habe die natürliche Zahl in Primfaktoren zerlegt und Primfaktor heißt, dass die miteinander multipliziert werden. Nicht addiert, das wird manchmal auch falsch gemacht. Primfaktorzerlegung. Okay. Jetzt müssen wir noch einen Sonderfall unterscheiden, nämlich, wenn n eine Primzahl ist, wenn n Element P ist, dann heißt n Pfz von n. Also, wenn n eine Primzahl ist, dann können wir es nicht in ein Produkt von Primzahlen zerlegen, weil sie ist selbst Primzahl. Dann kann man nicht von Produkt sprechen, aber dann sagen wir einfach, dann ist sie selbst sich Primfaktorzerlegung. So, Beispiel brauchen wir jetzt mal. Nehmen wir mal die Zahl 120. Wie können wir die Primfaktorzerlegung der 120 bestimmen? Ich habe die Kreide verloren. Wie können wir die Primfaktorzerlegung der 120 bestimmen? Was meinen Sie? Haben Sie eine Idee? Ja. Hasse Diagramm zeichnen. Ja, Hasse Diagramm. Okay, Sie sind schon Advanced Teilnehmer hier. Gute Idee. Das machen wir uns später. Komm später. Aber gute Idee. Ja, genau. Hasse Diagramm. Andere Idee? Ja? Ja. Wir teilen mal durch die kleinste Primzahl. Was ist die kleinste Primzahl? 2. Was kommt dann raus? 2 mal 60. So, wir machen mal weiter. Machen Sie mal weiter. Was macht man jetzt? Wieder durch die kleinste Primzahl. Wieder durch die kleinste Primzahl. 2 mal 2 mal 30. Und dann die nächste Primzahl. Warum gehen Sie jetzt auf die 3? Ja, die 2 geht ja wieder. Ja. Dann nehmen wir die doch. Genau, 2 geht wieder. 2 mal 2 mal 2 mal 15. Geht jetzt noch die 2? Nein, die 2 geht nicht. Jetzt nehmen wir die nächst größere Primzahl und versuchen dadurch zu teilen. Nämlich? Ja. Die 3, genau. Dann ist das 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 5. Und 5 selbst ist eine Primzahl. Okay. Fertig. Primfaktorzerlegung. Man geht die Primzahl in der Reihe nach durch, teilt solange es geht. Und wenn eine nicht mehr geht, nimmt mir die größere und teilt solange das nicht mehr geht. Gibt es noch eine andere Primfaktorzerlegung der 120? Gibt es noch eine andere? Ja. Ist es egal, ob die Reihenfolge vertauscht ist oder ist es dann immer noch dieselbe? Sehr gut. Ist es egal, ob die Reihenfolge vertauscht ist oder nicht? Bei der Primfaktorzerlegung gehen wir mal davon aus, die Reihenfolge, wenn ich die Reihenfolge ändere, ist es immer noch die gleiche Primfaktorzerlegung. Ja, weil die Multiplikation kommutativ ist, kann ich es ja beliebig tauschen. Selbst wenn ich jetzt eine, zwei nehmen würde, da hinten hinschreiben, wäre es immer noch dieselbe Primfaktorzerlegung. Gibt es aber noch eine komplett andere? Nein, weil es die kleinsten Möglichkeiten sind. Vielleicht gibt es größere. Ja, man soll die kleinste Möglichkeit rausfinden. Das bedeutet, man findet auf jeden Fall mal eine Primfaktorzerlegung. Aber vielleicht gibt es auch noch eine andere. Eine größere. Ja? Wie soll es eine andere geben? Wenn die Primfaktorzerlegung kann da ja nicht mehr ausresultieren. Ich meine, wenn jetzt noch eins drin wäre und dann noch irgendeine andere Zahl, dann würde es, das geht nicht. Das geht nicht irgendwie, ne? Also ich meine, wenn ich zweimal zwei bin, dann ist es vier, vier ist keine Primfaktorzer. Wenn ich zweimal zwei bin, dann ist es vier, genau. Aber vielleicht ist die 120 auch sowas wie elf mal 13. Oder, oder, ja. Vielleicht können wir irgendwie zwei ganz andere Primzahlen nehmen und die 120 dadurch teilen. Ja? Achso, aha, dann machen wir mal das, oder? Hier, gehen wir mal hier, machen wir hier mal eine Abzweigung. Zweimal zweimal dreißig. Das ist gleich, was haben Sie gesagt? Zweimal zweimal? Fünf mal sechs, ne? Fünf mal sechs. Und dann? Bitte? Wer hat es gesagt? Das ist genau dasselbe, ne? Das ist die gleiche Primfaktorzerlegung. Gleiche Faktoren. Also ich verrate es Ihnen. Es gibt für jede natürliche Zahl größer gleich zwei exakt eine Primfaktorzerlegung. Und genau das ist der Hauptsatz der elementaren Zahlentheorie. Vielen Dank.